Willkommen zu TTT! Mit mir spielt der Reaper! Mr. Coke? Miau! Dinavo! Hallo! Der Banda! It's me, Wanwa! Achso, hast du Wanwa gesagt? Ich hab meines verstanden! Na gut, Wanwa spielt auch mit! Dann, äh, Flory! Hi! Meine Dieter, dann das zweite Dieter Snape! Insalut, yeah! Und Nana! Wuhuu! Nana! Na, na... Ich muss, du betontest. Es kommt wieder der Wanwa oder Panda auf der dieser Automata Ja, also da... Was, das Panda oder war es ein Panda oder war es ein Wanwa? Ich hab, ich hab durchaus gesagt! Hallo, Skiwa! Ah! So, guck! Hey, guck! Ich hab' auch dem Mac, den! Wuhuu! Gnale! Weil ich tot bin war's kaum! Du hast den Mac, Den! Ich hab sogar ne Lina, ich hab' sogar ne Lina-Fest! Nein, ich steck'n Gras fest! Bei mir ist es so ein Munition! Ich krieg' die Munition aus, der Mac-Tan! Ich will die Munition aus Amec trennen, kriege ich die? Dankeschön. Bitteschön. Mario ist Tee. Jetzt bin ich glücklich. Mario ist Tee? Aha. Mario ist Tee! Ich wusste es. Ich wusste, dass Bowser die ganze Zeit nur Peach retten wollte statt Mario. Da gibt es ein ganzes Video drüber, wo sie sagen, Peach und Mario sind die Bösen. In weites Ziel. Wie war, ne? Ja, irgendwie schon, so ein bisschen. Ich dachte man kann durch das Bild sprechen. Nein, meine Güte ist ja wichtig, wenn man durch die Bäume geht. Ja, bei den Bäumen musst du nur aufpassen, dass du da nicht plötzlich ins Gras beißt. Das ist natürlich übel. Das ist warm, warm. Hey, Nana ist grün! Na, einmal bitte, einmal bitte badumzen, Wanda. Ja, aber natürlich. Ah, tut's. Jawoll. Oh, hallo Florin. Wo sind denn die Geister hin? Da hat jemanden Dead Ringer. Ja, Dead Ringer und Plopper. Wer das wohl ist? Beides. Jetzt auf den Bau. Alter Leute, ich hab mich hier ein bisschen ver... Ah, jetzt bin ich wieder draußen. Man kann leider nicht springen. Da steht jemand. Mann, Mann! Hörn, Mann! Wann, Mann! Mann, Mann, Mann! Mann, Mann! Mann, 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 Mann! Mann, Mann, Mann! Mann, 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 Mann! Was sind das denn für Geräusche? Der ist grad vor meinen Augen, immer geflogen, Hilfe! Hörn, Mann, 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 Mann! Hilfe, Hilfe! Da ist jemand vor meinen Augen gestorben. Wir wissen ja auch, dass du damit nicht zurechtkommst. Erstes Reaper, er hat auch grad auf mich geschossen. Stirb! Was? Shut up! Yes. Du hast vorhin auch auf mich geschossen. Ich hab aber nicht getroffen, dass das weiter schießt. Ich hab auch nicht getroffen. Doch, hast du. Echt? Oh. Äh. Achso, ich... Was? Ich stecke fest. Ruhig. Ja, halt es dir gehen. Gras kann ich meinen. Ne. Was? Steck. Ich stecke unter dem Baum fest und ich SDRG schon. Warte. Ich komm mit dem Magnetestick rechts gelegt zur Hilfe. Was denn hier in der Lagerhalle passiert? Ähm, in der Lagerhalle ist gut. Oh. Wow. Was? Nana ist... Ähm. Ich hab keine Waffe dafür. Nice. Nein! Nein! Fuck! Ich muss hier weg. Wir sind jetzt auf dem Dach. Äh, Reaper. Es ist Reaper. Er hat einen Flopper. Reaper hat einen Flopper. Wann war. Ich hab ja hier die ganze Zeit die Musik vom Schloss... Äh. Da hat grad jemand jetzt meinen Deadwinger aktiviert. Oh. Wie ging die Melodie nochmal? Er ist die ganze Zeit schon aktiv. Was geht wie? Wie ging nochmal die Melodie? Der, der.. Der. Oh. Die war arsch scharf. Die Meloane hat Wann war vor. Wann war? Das ist ja egal. Wann war? Wann war guckt rein. Oh, was ist das für alle besonnenes? Ja, Wann war. Wann war guckt rein. Wann war dreht sich um. Menori fliegt vorbei. Wann war? Wie die Melone an ihm vorbeigeflogen. Ja, das ist richtig. Er guckt rein. Dreht sich um. Melori fliegt weg. Ja, fehlt eigentlich nur... gerade ebenso vorbeigeflogen Joa ja ich kann von da oben leider keinen Namen erkennen konnte ich leider auch nicht Melonen und PhD funktioniert nicht na 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 weh mal meine Crowbar abhaben also ich bin dafür entweder mehr Munition oder nur noch Crowbar auf dieser Map will jemand eine Crowbar haben hallo meine Crowbar das wäre so ist ein richtiger Statussymbol für eigentlich kein Statussymbol brauchen genau bochtenspiss special kultstatus nämlich oh ich hab ne neue hallo wer will meine Crowbar ja ich hab meine Crowbar wir müssen sie bloß in die Hand nehmen ohne dass derjenige es bemerkt hat ich hab einen Garten gefunden na wo ist Tee was kann man wie der Garten jeden miau 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 ist irgend einer mit einer Sniper umgebracht worden ja ich hab gerade eine Rifle gefunden wo ein Schuss fehlt ja ja gut aus der in der Haupthalle ja das ist meine gewesen wenn irgendjemand durch die Tür kommt der schießt nicht hin warum fehlt da ein Schussnahme oh halle Herr Ditte weil ich in der Vorbereitungsphase an dir vorbeigeschossen hab ausdrücken Herr Ditte Herr Ditte kommen sie her kommen sie her da ist ein Verdästiger der sieht aus wie ein Tee wo sie hat rote Kleidungen doch sie müssen dafür ziehen haupteigangstürbe und hätten frohes Brustabend vom Kopf äh wo bin ich denn jetzt hier gelandet haupteigangstür aber bis da vorne hin gehen ach ja geht's hoch und was ist mit den anderen Eingängen die hier unter ihr sind die 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 habe ich schon im Blick die 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 hier eine Platte spricht die, die die, die die diey, die, die die ich würde sagen ich bin nur an dir vorbei ah hat jemand BLIht wo sie weg warum hab ich jetzt gewollt sich tippt unterschiedlich ach ja hast du hast Wenn jemand seine Waffe behält, equipped, ist das ein Traitor? Nein. Warum wollen mich die Leute mal als Traitor darstellen? Das ist doch... Das liegt an deinen Eigenschaften. Was macht Mr. Coke da? Coke ist meine persönliche Waffe. Er soll den Haupteingang bewachen, also mach ich das. Nana, ich will dir mal ganz gerne was sagen. Du bist neben Reaper der Schlimmste. Hey, ihr seid beide... Hey, bitte. Weck den Okay suchen. Den kann man überhaupt nicht vertrauen. Wir sind beide grün da im Licht. Stimmt. Grün heißt, wir sind auf jeden Fall T-Indo getestet. Wenn du genau hier stehst, dann bist du grün. Ja, das heißt, wir sind Indo getestet. Ja, aber die Leute kommen grün. Ich brauche... Wunny. Wofür brauchst du denn grün? Ich bin auch grün, von daher. Du bist blöd. Ich bin blöd. Müsst ihr kratzen? Du bist ja schon ganz grün im Licht. Ach, da ist doch... Ich bin Mario. Luigi. Ei, ei, ei. Luigi. Bitte, bitte. Hast jemand umgekriegt? Ja, in der Falle ist halt gar nicht... Ich frage mich halt immer noch die ganze Zeit. Ja, was fragst du dich? Wir sind besser. Was fragst du dich, Nana? Nana? Ich glaube, Nana ist tot. Nana, Nana. Nana? Was wolltest du sagen? Nana, 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 Nana. Was wolltest du uns erzählen? Batman. Hey. Hi. So, und in welchem Level seid ihr gerade so? Beziehungsweise wie viele Sterne habt ihr? Äh. Keine Ahnung, 100? Höchst Level. Nee, der dann hätte es 120. Ja, ich kenne mich nicht mit Mario. 64 so gut aus. Nee, nee, nee. Das ist doch das Spiel. Ich habe den T getötet. Ich habe noch nie eine N64 gehabt. Ich bin kein Firm. Tut mir echt leid, Twanva. Du tust mir auch leid. Hallo, das war noch nicht meine Zeit, wo ich geboren bin. Ich hatte eine SNES sogar gehabt. Okay, das war noch davor. Aber ich habe die von der Bekannten geschenkt bekommen. Ich habe dann alles drauf gespielt. Nee, nee, nee. Hallo, niemand hatte eine SNES. Oder, ja, Gott, was sage ich denn hier? Oh, Gott. Eine N64. Mann, war, wo bist du denn? Ich suche hier alle mögliche. Ich bin gerade ganz oben. Mann, war, wenn du theoretisch Tee wert? Könnte ich zum Beispiel theoretisch den Punkt schicken? Wenn ich theoretisch einen Tee wäre, könnte ich dir leider keinen Punkt schicken. Ich würde aber gerne. Hallo. Redet. Wenn ich theoretisch Tee wert, kann ich keinen Punkt schicken. Das war, glaube ich, das ist nicht. Ich weiß nicht, nee. Wenn ich theoretisch Tee wäre, hätten wir gewonnen. Sehr schön. What? Was ist das? Schön, sehr schön. Was ist das? 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 Das war keine Millisekunde, als du mich erwischt hast. Ich wollte versuchen, Labo-Catsum das zu spielen. Hi. Das war ich. Ich frag mich ja so ein bisschen, wie sie es hingekriegt haben, den Death Star von Luigi hinzukriegen. Oh, was? In Mario Kart 8. Achso. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Ja, ich weiß mal. Der hat da so einen krassen Death Star, ne? Das ist ja schon nicht mehr normal. Das ist ja schon nicht mehr normal. Wo wir von Steyas und Luigi reden kennen. Ich hab' mir das erklärt. Was ist das? Er guckt sich gar nicht mit dem Blick. Geh einfach sterben. Achso. Das alles in einen Blick zusammengefasst. Das alles in einen Blick zusammengefasst. Das alles in einen Blick zusammengefasst. Ah, ok. Coke? Hallo. Hi. Coke? Aber wusste ich denn, dass man bei der Treppe, kurz davor ist ja so ein Bild. Wenn man da drauf guckt, sieht man Luigi. Keine Angst. Bitte. Bitte. Oh nein. Bitte. Grier klingelt. Ich töte mich nicht. G incorpille den Zeich it-as mich töten. Leere aktuelles Buch. Miriput sind aber, dass ich auch wenn nicht dass die Möglichkeit hier stehen. Warte, 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 warte. Oh NE.' Warte, warte, warte. Bitte, bitte. Ich bin kein Interessor. Da hat mein Ge Raptor gemacht. eine Shotgun. Ach ja, ich hab jetzt aber nur 8 und 8 Müll. Ja, das hab ich auch. Das ist ja genügend. Darum teile ich ja mit dir. Ich wollte nicht 8 und 16 haben. Jaja, das finde ich nett. Ja, weil sonst so unfair wäre. Oh nein, ein Heifisch. Oh nein, ein Heifisch. Wow, geil. Ein Heifisch. Äh, wie kommt denn zum Wasserfall von drinnen? Gibt's einen Drehtraum drinnen? Ein Wasserfall? Ja, draußen der Wasserfall. Ja, du kommst auf den... Wow, ich wurde angezündet. Ach ja, das ist Death Note. Ach du Kacke. Also du kommst über den Wasserfall, in dem du vom Dach springst. Das Dach kommst du mit dieser... Das war ich, Hadithe. Mit dieser Kanone. Ja, das bin ich, Hadithe. Mr. Coke schießt auf mich. Boah, wie. Guten Tag, Hadithe. Nein, ich explodiere. Hör auf, Dete, hör auf. Ah, Dete, hau uns hier ab. Renn, Dete. Dete ist tot. Das sind Cybermots hinter der Tür. Ich geh wieder. Ja, Alter, ich hör mich grad erschreckt. Ich hör so ein Step, denk mir so. Schau lieber ab hier. Ja, ich verfolg dich nur leider gerade. Schade, kack den Arnden, Dick. Na, Na ist es. Oh, Schade. Was, Na, Na ist es? Okay. Da fehlt ein Punkt drinnen. Anna, der hatte sich die Spider-Man-Kamé gekauft. Der Herr Dete. Und ich hab seine DNA. Hm. Aber der hat keine DNA, sondern Herr Dete. Es ist so ein traurig, Herr Dete. Und da ist der Dete. Wow, fliegt sie. Äh, Dete. Da ist ein Verdächtiger. Der Kro guckt auf uns zu, der Verdächtige Kro. Hallo Krooi! Hm? Was ist? Der Verdächtige zählt auf mich. Der Verdächtige schießt auf mich. Ich hatte grad den Übeln. Ich hatte grad was Übels geiles. Jo, läuft. Der Verdächtige sagt mir. Wo ist der Detektivhin? Wo ist der Detektivhin? Der war grad eben noch hier im Wasser. Da brennt einer. Alter! Ich hab ne Glückssträhne heute. You're burned to death. Hey, warte, 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 warte. Ich sichere dich ab. Oh, hier ist ein Unidentifizierte. Reaper, du siehst das? Was macht ihr da oben? Äh, wir warten, dass er auf die Tür reinkommt. Äh, wir waren da. Wir warten, dass die Tür aufgeht. Was? Hier drüben lag ne Leiche. Ist okay, ich verbrenne aber grade. Moment, ich hab ne Spider-Man. Da wurde ne Spider-Man-Gun und DNA-Scanner. Wie lange verbrennt man? Na, 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 soll ich dich essen? Wenn du tot bist. Äh, soll ich dich essen? Nein. Detektiv, da war ne Spider-Man-Gun drin. Wollte ich nur Bescheid gesagt haben. Okay, kannst wir halten. Gleich macht's bollisch. Ja, ja, ja. Wir wollen doch auch noch was machen hier. Sind doch noch zwei am Leben. Nein, einer. Der Pantel ist grad verbrannt, Mann. Nein, bin ich nicht. Doch. Was? Nein. Ja, er kann's überlebt haben. Bäh. Jetzt hätte ich gerne ne Sniper. Wofür? Hat einer noch nen Credit für euch? Äh, ne ich nicht. Für mich hab ich keinen mehr. No. Verdammt. Hey, brauchst du was zum Essen? Ich hab Kannibalismus. Äh, hier liegen keine Leichenruppen. Ja, wow toll, dann such dir eine, Mann. Braucht ihn aufs Trillhals für das Kämpfe? Also, ich würde sagen, ich bin allein und es leben nur noch die Traitor. Wie kommst du da drauf? Ja, stimmt. Komm mal raus, äh, rein. Komm mal raus, rein, wo du hin willst. Ja, nein. Ich, ich bleib mal hier oben auch raus. Das sieht aus. Ich, ich rück da mal aus, Leute. Bist du drüber laufen? Ja, ich mach mal. Oi, 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 oi. Ich geh mal aufs Dach, Leute. Ihr gebt mir Backup, okay? Ja. Der ist ganz oben. Komm mal ran hier. Äh, komm. So, Koks, möchtest du ne Sniper bringen? Ich hätte gerade eine. Ja, dann bring her. Dann bring her, komm. Ja, ja, äh, äh. Ja, ich komm sie wieder hoch, okay? Am nächsten Mal bei der Map bitte mehr Munition. Die ist echt scheiße zu sammeln. Ja, ich bin aufs Dach. Ich seh doch, dass da unten einer ne Taube hat. Ja, ich bin da aufs Dach. Ich bin aber nicht da mit ner Taube. Ich bin da mit ner Diegel. Die Flugung. Da, von der einen Seite schmeißt mich einer mit Melonen ab, und der andere Seite steht einer mit ner Diegel. Ja, das ist immer aufs Dach, Alter. Komm doch runter, dann geb ich dir die Rifle. Was hältst du einfach davon, wenn du nochmal deinen Kopf rausstreckst? Ja! Hahahaha! Einer ist weg! Ja komm doch von da oben runter. Der ist ja nicht so unfair. Also, das ist Campen. Ja, weil das ist nämlich Campen. Naja, das ist das Software-Wahrer von euch aufcampen. Okay. Poke, runter da. Jetzt noch einer an Verbrennen. Nice! Juhu! Schade. Man, die Taube hat ihn gerade so verfehlt. Hä, Reaper, wie kommst du denn jetzt da nach oben? Durch das Loch da hinten. Durch die Kanone? Die Kanone, das ist ne Kanone. Ach so, das ist ne Kanone. Mensch, habt ihr denn alle dieses Spielen noch nicht gespielt? Ich hab an die Kanone nicht gedacht. Wenn ich an ein tiefes, schwarzes Loch denke, denke ich an was anderes. Was? Ach, Leute. Aber ich finde, das ist einfach keine komplette 1 zu 1 Nachbildung. Ne, die Missionen befehlen. Nein, äh, das meine ich damit nicht. Das schwarze Loch. Nein, äh, das hinten, wo du startest, das ist nicht ganz originalgetreu. Wo du startest? Ja, wo du, wo du im Spiel ursprünglich startest. Ja, das schwarze Loch. Aber, Leute, ich konnte... Ach, das ist auch schwer zu erstellen. Ey, der Vorrunde, wer hat denn außer mir noch einen Death Note? Und du, Nana? Nein, das war's nicht. Weißt du, was witzig war, Reaper? Ich hab Wanva oder irgendwen umgebracht. Danach kam das Death Note nochmal zu mir. Ja, weil ich ja Wanva ausgewählt habe. Ne, aber da stand... Ich hatte dann ja Fluri. Aber Death Note ist so mega OP einfach. Und dann kam noch so... Nana, warum bist du vielleicht? Boah, ich steck in Gras fest. Jetzt kommst du gar nicht mehr raus. Strg. Strg. Und dann war das wieder da auf einmal. Aber dann verliere ich all meine Waffen, super. Nein, nein, Strg. Ja, ich kann nicht Strg, wenn ich mit Strg schon drin stecke. Warte, 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 warte. Das hast du geträumt. Ja, dieses Gras. Alles klar. What? Nein! Geh da rüber! Geh da rüber! Geh da rüber! Ich bin frei. Bist du frei? Ich bin frei. Gut. Wo bist du denn bitte auf der Map? Wer von euch beiden ist freier? Ich möchte Snake gerne töten, aber ich habe leider keine Freude, weil ich mich eben beschossen hatte. Warum soll ich dich beschießen? Weil du bist hurt. Nee. Möchtest man hier ja mal schauen kriegt, wenn man auf die Rakete... auf das Dach fliegt. Auf die Rakete? Auf das Dach. Auf das Dach. Eben habe ich ganz viele Menschen gesehen und jetzt ist hier keiner mehr. Das ist voll geworden. Ich bin frei. Na, wenn du nicht hinguckst. Ich merke das schon. Na, wo hinter dir? Weißt du, hä? Da ist einer. Aber vor mir war gerade auch einer. Richtig geil wäre es auch, wenn man die Dach ist. Ey! Warum würdest du bist? Oh! Vielleicht zwei. Ich bin begeistert. Blaue Kappen. Fällig. Hallo. 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 Na, wo. Komm. 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 Ich weiß. Aber er ist die erste auf dem Dach. Ich höre heute. Alles ist tot. Ich bin google. Es geht schon wieder in die Tür? Ok, will gehen wir hin. die leicht ist runtergefallen und da wusste ich wo er ist ja moment ich muss erst den eingang oder ist jemand gestorben ich tippe mal das war der liebe cyberbot mit mir fällt nein das ist nicht nicht oder hast du näckel tötet nächstes durch mir ist fällt gestorben ist doch die ich bin schneller und als ihr glaube ich dann bin ich doch nicht hab's verkackt fast gekupert aber wirst du fast tot nein ich runter rutschen weiter um die ecke um raus zu kommen komm nach wo warum würdest du dann um die ecke gehen soll ich dich um die ecke bringen nein brauchst du nicht hast du ja schon fast selbst getan anscheinend oder ne das was ne oder so ne obwohl es ja sehr verlockend ist jetzt einfach um ein partner verlockend ist es schon redet mehr wer genau hat denn jetzt nägel tötet cyberbot ist ja der hammer panda ist übrigens k os ok in eingangsbereich gerade noch wo ist er denn genau hey ich bin's nicht das war doch der faszinator ich muss irgendwie gucken wie ich runterkomme aber ich weiß nicht wie ich rutsche die ganze Zeit vom dach du kannst beim wasserfall runterspringen ja ich weiß aber ich rutsche die ganze Zeit vom dach runter da kann ich dir nicht weiterhelfen coke ist der letzte ohja tatsache ich bin der letzte du bist der letzte du bist der letzte das letzte du bist das letzte Miststück oh sorry hahaha sorry dann Nettigkeit ne mal so aus Interesse wie sieht denn die spiderman gun im shop aus ähm Stimme aus dem hinsatz sagt das ist ein spinnenwitz aber die kannst du eh nicht kaufen als die kannst du nicht kaufen als traitor ja wo ist er denn bist du im bist du im keller ja irgendwo dort ich hab keine ahnung in welchem wei also ja ok äh äh andere date hast du zufälligerweise credits ich hab einen gerade ausgegeben ähm hast du noch einen ne leider nicht schade ja nimmst du die andere sniper auf statt die shotgun jawohl so läuft das nämlich dann fehlt nur noch dann fehlt nur noch dann fehlt nur noch da ist er doch ja einmal um das komplette gebäude herumlaufen du musst den außeneingang nehmen ach ich bin da beim außeneingang ja bei dem ding wo mario schon seine stampfattacke ausgeführt hat das war ein cooler heal ja hier ja hier doch das leben rettet nicht aber warte an du knallst panda über dem haufen der hat einen traitor getötet mit einem one shot was der hat doch den faszinator gemacht nein nein das war ein navo aber dann ist navo dabei drauf gegangen navo hat den faszinator eingesetzt dabei dreht sich panda und zerlegt navo mit einem one shot du kommst rein ja ich habe die fässer plötzlich kommen sehen und dann äh das war ein navo gezählt bei navo jetzt alt war dachte ich also oh das ist ihm noch ein bisschen zeit geben müssen reepa reepa hast du irgendwo den sniper gesehen? ja leider nicht oh ähm einen sniper habe ich weggeschmissen ja du hast sie weggeschmissen du panda gib sie mir ja hahaha die Tür da drüben geht nicht auf oder? wer liebt dich? hier hat irgendjemand getrunken eh irgendjemand hat was getrunken es ist nicht dein partner snae also wer hat hier was getrunken ein böser snae hat getrunken ich stand genau neben ihm WAS LÜGENPRESSE so was sagt man nicht zu einem Deteckte lügenpresse 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 Niemals wird sowas zu einem Detective gesagt, ja? Wir suchen Muni. Hallo Reaper. Hat jemand diese Holztürn kaputt gemacht? Hey! Hallo. Nana hat gerade eben auf dich geschossen, als du dich auch... Ich hab an ihr vorbeigeschossen. Möchte mein Kollege dieses Item haben? Dieses, was ich in der Hand halte. Was ist das? Womit ich hier hochgekommen bin. Achso. Nein, behalte ich es. Wenn sie sterben, dann lehre ich mir das. Ich dachte nur mit deinem... Hey! Warum schießt du auf mich? Mit deinem Arten würde es gut zusammenpassen. Panda? Panda hat auf mich geschossen, er ist K.O.S. Panda ist K.O.S. Ich bin irgendwo... Panda hat sich gerade gesehen, der ist da hinten beim... Ja, wo ist denn das genau? Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Oh Gott, ich bin eingeschossen. Wieso bin ich denn jetzt... Was ist denn jetzt Panda hin? Das ist... Oh, ich hab ein Credit bekommen. Ich bin... Das war absolut Random Kill. Ich bin hier... Das äh... War D-Trekill. Oh, Flori ist rot. Flori ist rot. Flori ist rot. Flori ist rot. Und ähm... Ich bin... Einen... Superverbot. Ja, was ist denn jetzt mit Panda? Panda steht hier direkt vor mir. Hier ist ein toter Nana. Flori ist doch straight, weil ich war... Der hat mich zum K.O.S. Achso, ja gut, das ist doch was anderes. Nein, nein. Kollege! Ja, okay, dann ist ja... Das hast du gut begründet. Panda. An welcher Leiche? An Nana. Die war eben noch nicht confirmed. Ich hab die gerade confirmed. Mir war so, dass ich gerade einen... Frontbro gehört. Ja, wo... Wo bist du denn? Wo ist die denn? Da hinten. Wie denn diese Kante? Ach, die? Haben sie sich gesehen? Waffezeugen? Oh! Ne, danke. Ich hab jetzt was anderes. Achso, okay. Was ist mit dieser Leiche da passiert? Die ist tot, glaub ich. Der Kämmerer ist tot. Ja, ja, ja. Wo! Hier sind zwei Gehüpflecken draußen und die Flori wieder rumliegt. Der, 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 der... Er hat jetzt gerade... Der, 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 der da. Der, 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 der. Hier sind Blutflecken und eine Explosion im Gras, da drüben ist Mr. Wanwar. Mr. Wanwar hat ne Paube? Nee, nicht mehr. Das gibt's doch gar nicht. Verdient letzte Runde. Ja. Okay. Aber Snape, warum hast du ein ... War absolut random, was du gemacht hast. Das war wahrscheinlich der Flopper, oder? Ja. Dann war das versehentlich, würde ich sagen. Ja. Ja, dann halt sorry, sagen wir so, ne. Ist Glas, ist das euer Ernst hier, Map-Macher? Glas? 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 Was hast du gesagt? Das Genialste war, Cyber-Rot wollte ich eigentlich schon am Anfang der Runde messern. Aber da ist er leider nicht mehr jetzt mehr hergelaufen. Glas ist ein Charakter aus Kingdom Hearts wollte ich grad sagen. Nee, ich war kein einziges Mal Traitor auf dieser Map. Rainbow Six. Creeper Armist. Kein einziges Mal war ich Traitor. Ich war einmal Data, sonst nur Eno. Also bis jetzt. Ja. Also bis jetzt. Ja. Er könnte aber wahrscheinlich passen. Nein. Holt den Tierschutz. Holt Peter, Mann. Holt Peter, Mann. Na, da ist es. Okay. Er hat einen Medellan-Schutz. Na, das ist es again. Abgeschossen, Dieter-Befehl. Ah, ah. Mama. Das war jetzt aber ne Orgasmus, oder? Ja, das klang nach Orgasmus-Stufen. Hier rum. Es gibt Stufen des Orgasmus. Ich kenne die Stufen des Alkohols. Panda ist bei mir. Mann, ich bin so schlau, ja. Stimmen wir dir zu? Ah. So, er hat noch 6 Schuss. Ich fände das richtig lustig, wenn es auf dieser Karte Münzen gäbe. Wo man sich mit heilen könnte. Wer blutet denn hier so? Au, ich bin am brennen, ich bin am brennen. Du kannst versuchen, euch im Wasser zu retten. Ich habe gerade meine Tage, deswegen blute ich ein bisschen. Wie, wer brennt? Wer brennt? Ich brennt, der brennt. Ja, aber der muss hier durchgekommen sein. Mir kam keiner entgegen, aber ich bin am Nabu. Ich glaube, es war ein Nabu. Wenn, wenn... Ja. Ich war es wirklich. Ich war es wirklich. Ich mach Cyberbot direkt mal auf Suspect. Warum bist du verletzt? Ja, ich bin einmal von dem Ding, wo die Shotgun lag. Den Cyberbot auf Suspect macht. Ist auch nur, ich habe 88 noch. Das ist ja nicht viel schon. Also es sind Coke, Cyber und... Cybersthete! Cyber ist aber auch noch dran tot. Ich musste gerade auch mal auf den Tab drücken. Irgendwie kommt mir das komisch vor. Er antwortet mich dann normal. Dann ist es Coke, Snee und Nana. Die sind beide draußen. Schießen! Freisch halt! Wer schießt? Nana ist auch tot. Coke, Snee und Nana. Snee ist jetzt auch tot. Coke ist draußen und hat jemanden umgebracht. Ja, äh, Coke hat... Coke schießt auf mich. Äh, hier ging... Snail ist ein Dead Ringer gewesen. Und ich habe ihn... Wow. Ich glaube da ist gerade einer hochgegangen, oder? Nee. Äh, Coke ist... K.O.S. Hat mir auf mich gestoßen und hat die welche hochgebracht. Ich hab ihn! Was ich gesagt hab! Wie verweist das? Ich gehe um die Ecke jetzt. Ich finde gerade ein Fade drauf. In dem Moment fliegt man eine Melode ins Gesicht. Abmode wurde. Das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!